Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute widmen wir uns wieder den Neuzugängen aus dem letzten Jahr und stellen uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch ein Format, das ja nicht nur mir Spaß macht, sondern ich auch bei den Kommentaren so in den letzten beiden Videos immer wieder gelesen habe, dass es euch auch gefällt, so ein bisschen rückzublicken, welche Bücher sind eingezogen und welche hat man schon gelesen bzw. welche hat man vielleicht noch nicht gelesen und warum. Vielleicht gibt es auch einen Grund. Oder man sich diese dann einmal in Erinnerung holt. Und ja, ich habe im Juli 17 Bücher gekauft. Ich habe mir das mal in der Statistik angeguckt, weil ich im letzten Monat schon total unvorbereitet war und dann gar nicht mitzählen konnte und so jetzt natürlich nur zählen brauche, welche Bücher ich nicht gelesen habe und dann am Ende so ein bisschen leichter mir den Schnitt setzen kann. Ja, ich lasse das Video aus dem letzten Jahr natürlich wieder ein bisschen mitlaufen und ich rutsche jetzt einfach mal zur Seite und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit dem Video. Ja, und da sehen wir natürlich wieder mein Intro. Ich frage mich gerade, ob man nicht wieder mal ein Intro einführen sollte. Ja, wie sind denn da eure Gedanken dazu? Ich persönlich fand es irgendwann nur noch nervig, ständig Musik am Anfang eines jeden Videos zu hören. Von daher gibt es bei mir ja kein Intro mehr. Aber gut, ja. Oh ja, sehr sommerlich. Man sieht, der Juli war letztes Jahr auch sehr schön. Braune Haare, wie es im Sommer normal immer bei mir ist. Dieses Jahr ist irgendwie so die Ausnahme. Da kitzelt es mich tatsächlich noch nicht, braun zu werden. Sehr schönes Oberteil. Hatte ich gleich dieses Jahr noch gar nicht an. Es wird Zeit. Ja, das erste Buch war Gläsernes Schwert. Ja, das ist der zweite Teil, glaube ich, nach der Roten Königin. Hatte ja dazu geführt, dass ich die Rote Königin nochmal gereadet hatte und ich habe auch Gläserne Schwert direkt gelesen. Ich weiß, dass mich der zweite Teil sehr genervt hat, dass mich der Charakter, ich glaube, Mare, unglaublich zum Augenrollen gebracht hat und ich die ganz nervig fand und schlimm und ha, ich wirklich, ja, ich habe das den dritten Band auch gar nicht hier. Goldener Käfig, glaube ich, heißt der. Ich glaube, den gibt es mittlerweile schon. Es zieht mich aber gar nicht dahin, den Abschluss dieser Trilogie, glaube ich, zu lesen. Ich fand es leider, ja, ich fand es nicht so gut, den zweiten Teil. Ich fand einfach die Protagonistin ganz schlimm. Und, ja, was soll man anderes dazu sagen? Dann von Alexandra Potter, Love from Paris. Ich glaube, im letzten Jahr sind einige Paris-Bücher mal bei mir eingekommen. Wurde von mir schon gelesen. War auch ein ganz schönes Sommerbuch, wie ich in Erinnerung habe. So viel mehr kann ich zu dem Buch aber gar nicht erzählen, aber es ist auf jeden Fall schon gelesen. Dann mein Sommer-Highlight aus dem letzten Jahr. Hashtag Folge deinem Herzen von Jackie Fellgood. Es ist ja nicht bei diesem einen Buch von der lieben Jackie geblieben. Es ist ja mittlerweile eine Autorin, von der ich ganz, ganz viele Bücher gelesen habe. Das war mein erstes Buch von ihr, was ich dann auch, glaube ich, direkt im August im Urlaub gelesen habe und es wirklich großartig fand und es auch jedem jetzt zur Sommerzeit absolut, ja, im Grunde empfehlen kann. Jackie hatte ja letztes Jahr das Projekt mit den zwölf Büchern in zwölf Monaten und das war, glaube ich, das siebte Buch. Und ich habe einige Bücher danach noch von ihr gelesen, habe auch noch ein paar natürlich auf dem Sub. Aber, ja, Folge deinem Herzen war ein absolutes Highlight und auch Rückblicken dann zu den nachfolgenden Geschichten. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sich auch so ein bisschen um die Bloggerwelt dreht und, ja, die einfach Spaß gemacht hat. So eine richtig schöne, sommerliche Liebesgeschichte, die ganz viel Spaß gemacht hat. Und, ja, absolute Empfehlung. Perfekt auch für die jetzige Zeit. Eigentlich bist du gar nicht mein Typ. War eine Geschichte, die mir, glaube ich, so vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Hatte ich auch gelesen und war dann doch sehr überrascht über diese verzwickte Liebesgeschichte, die mich gut unterhalten hat, jetzt keinen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen hat, mir aber dennoch sehr, sehr gut gefallen hat. Dann ist ein Highlight-Buch zumindest bei mir eingezogen und zwar das Buch der verschollenen Geschichten von J.R.R. Tolkien, Teil 1. Denn Teil 2 habe ich vor Jahren schon ergattert und Teil 1 war mir entweder immer zu teuer oder in zu schlechten Zustand. Und ich glaube, den habe ich gebraucht gekauft, auch vermutlich, ich höre es ja gerade nicht, ich glaube, dass ich da irgendwo was bestellt hatte, Rebuy, vermutlich, wenn nicht Medimops. Habe ich noch nicht groß reingelesen. Ich habe am Anfang reingeblättert, aber für mich ist das auch kein Buch, das unbedingt sozusagen auf dem Sub liegt, in diesem Sinne, sondern es natürlich auch einfach sammlungswert hat. Den gelesen habe ich die Geschichten schon, damals eben aus der Bücherei. Jetzt geht es eben, ging es darum, ja, sich das Buch auch einfach ins Regal zu stellen, was bei Tolkien eben bei mir eigentlich immer ein Must-Have ist. Und ja, ich irgendwann eine schöne Winterabends dann wahrscheinlich, ich glaube, man sieht hier im Hintergrund bei dem Video sogar den ersten Teil und die Lücke, wo ich es rausgezogen habe, also den zweiten Teil, wo ich die Lücke zum ersten Mal rausgezogen habe. Also das war wirklich nur ein, ja, Sammlung für Vollständigen und gelesen sind die Geschichten eigentlich schon. Von daher, ach, was schön ist, es im Regal zu haben. Ach, da wird mir auch gerade wieder ganz warm ums Herz. Ach, ach ja. Und ich glaube, man sieht auch einfach die Freude, die ich da habe, dass es ein Neuzugang ist. Also, ja, ich meine, wenn einem sowas so viel Freude bringt, ne, also der Steffi aus der Vergangenheit sozusagen. Dann ging es weiter mit Pollys Welt steht Kopf von Mimi J. Popperson. Ein Buch, das ich eine Empfehlung war von einer Zuschauerin. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr gefallen hat, die auch sehr sommerlich war, die, glaube ich, in San Francisco gespielt hat und die ich wirklich großartig fand, die ich sehr lustig fand, unterhalten fand. Wie gesagt, auch perfekt einfach für die Jahreszeit war, in der ich es gekauft habe. Hatte ich auch Gebrauch gekauft, deswegen denke ich, es waren Rebuy-Bücher oder irgendwie so. Und, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, ist dementsprechend auch schon gelesen. Dann, ja, Der Lavendelgarten von Lucinda Riley. Ein Buch, von dem ich angefixt wurde, von der lieben Paddy. Ist tatsächlich ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Das erste sozusagen jetzt aus diesen Neuzugängen, wenn man Tolkien eben nicht mitrechnet, weil es für mich eben kein Suchbuch ist, habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Und es gibt auch noch ein paar andere Leute, die da wirklich Lust drauf haben, mitzulesen. Und ich glaube, dass es da, denke ich, dann auch irgendwie demnächst mal eine Lesegruppe geben wird. Und ich mich sehr, sehr freue auf den Lavendelgarten, weil von Lucinda Riley schwärmen einfach so viele Leute. Und es sind ja auch immer Geschichten, die in verschiedenen Zeitwelten spielt und eben so ein Familiensaga ist. Und freue ich mich sehr darauf und bin sehr gespannt, ob mich Lucinda Riley packen kann. Und wenn ja, gibt es ja ganz, ganz viele Bücher von ihr, die mich dann hoffentlich auch begeistern können. Aber noch ungelesen. Dann ist bei mir eingezogen, ja, die Kameliendame von Alexandre Dumas. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein Buch, das ja im Grunde die Vorlage ist für die Oper La Traviata, die ich ja sehr liebe, die ich schon drei, vier Mal gesehen habe. und ich ohnehin die Geschichte dazu lesen wollte. Dieses Buch habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Habe ich mir für dieses Jahr aber auch vorgenommen. Und da das ja ein sehr dünnes Büchlein ist, glaube ich zumindest. Müsste mal gucken, wo es wieder steht. Glaube ich, dass man das auch einfach mal so in drei, vier Tagen wunderbar gelesen hat und sich da einfindet. Und ich hoffe, dass es mir so gut gefällt wie die Oper selbst. Und habe ich, glaube ich, zu einem Schnäppchenpreis von einem Euro, glaube ich, ergattert. Deswegen ist dann diese Ausgabe bei mir eingezogen und, ja, freue ich mich aber sehr drauf. Dann ist da eingezogen Love Trotter. Ich sehe jetzt leider nicht den Autorennamen. Und zwar war das ein Buch, von dem ich angefixt wurde, von Tasmetu. Und da geht es eben um Liebe rund um den Globus. Und ein Buch, das ich dann auch im Sommer, an einem heißen Sommertag im Garten gelesen habe. Das mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, weil es eben so die unterschiedliche Bedeutung von Liebe in unterschiedlichen Nationen und Menschen so gezeigt hat. Und ich das wirklich toll fand, wie unterschiedlich dieses Empfinden eben einfach ist. Und dass wir eben vielleicht in Deutschland die Liebe einfach anders sehen und ihr einen höheren Stellenwert geben oder einen anderen Stellenwert, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und ich glaube, wir sind hier auch in Afrika und in Indien und im Irak und in den USA und ich weiß gar nicht mehr wo überall. Und wirklich ein Buch, das mir gut gefallen hat, das ich wirklich interessant fand. Einfach diese unterschiedlichen Menschen kennenzulernen, wie das eben auch auf der Welt so ein bisschen gesehen wird, gemacht wird. Was da anders ist, wenn man auch daran denkt, dass eben in manchen Regionen man eben auch einfach verheiratet wird, das ja für uns erst einmal schrecklich klingt und für manche hier aber ein Segen ist. Und ja, dementsprechend war das ein sehr gutes Buch. Ja, angefixt von Phil kam dann das nächste Buch und zwar Spook, wo es ja irgendwie auch um Magie geht, um Zauberer geht, um der 13. Sohn eines 13 Sohnes oder wie das irgendwie war. Oder war es der 7.? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ist noch nicht gelesen. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich die Geschichte noch nicht gelesen. Habe ich mir für dieses Jahr auch vorgenommen. Steht auf meiner Leseliste 17. Möchte ich eben auch mit ein paar anderen Leuten noch lesen und bin da sehr gespannt auf diese Geschichte. Glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich eine Herbstgeschichte wird und sie sieht auch toll aus. Also auch die habe ich, also das ist noch vom gebrauchten Einkauf sozusagen, auch die ist optisch wirklich sehr, sehr schön. Also drei Bücher bis jetzt. Ja, ist eigentlich schlecht. Ja, und dann ist ein sehr schwieriges Buch bei mir eingezogen, Der Name des Windes. Und zwar in dem Fall als Hörbuch vom Verlag. Es ist dann aber theoretisch auch noch als E-Book bei mir eingezogen, weil ich mit dem Sprecher überhaupt nicht zurechtgekommen bin und ich die Geschichte von Patrick Rodfuss unglaublich langweilig fand. Ich glaube, so ein Drittel gehört, gelesen habe und dann auch einfach abgebrochen habe. Ich fand es unglaublich schade. Mich hat die Geschichte von diesem Protagonisten so gar nicht interessiert, gar nicht begeistern können. Ich fand, wie er sich selbst dargestellt hat, ganz unmöglich für High Fantasy. Ich konnte mit der Welt nichts anfangen und ich mochte einfach die Langsamkeit von Rodfuss nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, in diesem ersten Drittel, ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich gelesen habe, ist überhaupt nichts passiert. Und ja, ein Buch, das ich abgebrochen habe. Aber es ist für mich theoretisch natürlich gelesen, deswegen kein ungelesenes Buch. Aber ich fand es unmöglich. Ich hatte da auch noch überlegt, ob ich es mir bei Audible höre, um die Geschwindigkeit des Sprechers ein bisschen hochzustellen. Nachdem es aber mit dem E-Book dann auch nicht geklappt hatte, dachte ich, es liegt nicht nur am Sprecher, es liegt einfach auch an der Geschichte. Und ich glaube, es war auch so ziemlich mein letztes echtes Hörbuch, glaube ich zumindest, weil ich dann einfach gemerkt habe, mir ist so eine 1 zu 1 Sprecher einfach, ja, das geht für mich gar nicht. Ich muss meine Geschwindigkeit so hochdrehen können, wie ich möchte. Und das geht eben leider nur bei Audible, auch bei Spotify leider nicht, was ich auch schade finde. Aber so ist es halt leider. Aber gut, ja, ein Buch, das leider nicht so gut war. Dann bin ich angefixt worden von der lieben Lisa, und zwar für Monday Club von Christina Kuhn. Das habe ich mir für mein Audible-Abo in diesem Monat geholt. Habe es tatsächlich noch nicht gehört. Ein Buch, das ich total spannend fand und dann aber leider doch sehr viele nicht ganz so positive Meinungen gehört habe. Gar nicht mal über den ersten Teil, sondern über die weiteren Bücher der Reihe. Und ich dann einfach ernsthaft überlege, wenn Band 2 und ich glaube auch 3 nicht so gut mehr sind, was nützt mir am Brillant der erste Teil, wenn der Rest wenig gute Kritiken bekommt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Reihe gelesen hat und vielleicht gerne mal was in die Kommentare schreiben möchte. Ja, ich schrecke da wirklich so ein bisschen zurück und denke so, hm, ist das dann eine Reihe für dich? Auch wenn der erste Teil toll ist und optisch ja auch super schön aussieht. Aber, ähm, ja, dementsprechend auch ein Buch, das ich noch nicht gehört habe, gelesen habe, wie auch immer man das sehen möchte, das noch auf meinem Audible-Sub liegt. Was natürlich schade ist, aber, ähm, ja, ich irgendwie auch nicht so richtig weiß, ähm, ob es mir nach einem Jahr, ob mich das noch so anspricht nach einem Jahr, ne? Das ist natürlich, man verändert sich auch. Ich meine, bei Audible gibt es ja auch die Möglichkeiten, ein Buch zurückzugeben, aus verschiedensten Gründen, auch wenn man es eben nicht gehört hat, weil, keine Ahnung, auch wenn es einem nicht gefällt, ist ja diese Gefällt-mir-Garantie und, ähm, von der ich bisher nur einmal Gebrauch gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, sagt mir doch mal, sagt mir doch mal eure Meinung zu Monday Club, wenn ihr da eine habt oder zu der ganzen Reihe. Das würde mich wirklich, ähm, ja, sehr interessieren. Dann ist da hingezogen Jane Austens Geheimnis von Charlie Lovett, eine Geschichte, die, äh, ja, in der Zeit von Jane Austen spielt und wir eigentlich, ähm, nicht direkt nur Jane Austen begleiten, sondern auch noch einen sehr bekannten Schriftsteller aus ihrer Zeit. Und das war eine sehr schöne Geschichte, die so eine Art, ähm, ja, schon Jane Austen-typische Geschichte war, mit so ein bisschen Liebe, mit so ein bisschen vergangener Zeit, aber dann eben auch so einen ganz leichten Grimmie-Anteil hatte, die ich überraschenderweise sehr gut fand. Äh, eine Geschichte, die mir wirklich gut gefallen hat, die mir wirklich, ähm, ähm, ja, die, die, die mich wirklich mit in diese Zeit von Jane Austen genommen hat, die Probleme der Zeit erzählt hat und ich mag ja immer mal wieder sehr gerne Historisches und auch hier sind wir natürlich, glaube ich, irgendwann im 19. und 18. Jahrhundert und, äh, ja, ja, die Geschichte hat mir gut gefallen. Auch wenn es weniger Jane Austen war als erwartet, ähm, fand ich wirklich dieses Geheimnis um Jane Austen sehr spannend und es hat echt Spaß gemacht zu lesen. Ja, dann ist ein Buch eingezogen von der lieben Michelle Schrenk, A Place to Remember, Emily und Noah. Und zwar ist das diese A Place to Remember-Reihe, wo es, glaube ich, sechs, sieben Bücher zu dieser Serie gibt. Und, äh, ja, das spielt in, in, in London in einem Lost-and-Found-Laden und, äh, ja, eben so ein bisschen. Es geht halt um Emily und Noah und ich glaube tatsächlich eigentlich, ein, ein extrem kitschiges Liebesroman-Genre gehört zumindest diese ganze Serie, soweit ich das beobachtet habe, was ja nicht ganz so meins ist, aber Michelle Schrenk eben tatsächlich so diese Gratwanderung macht, äh, wo ich denke, so noch eins drüber und es wäre mir zu viel, aber wahrscheinlich eins drunter wäre für all die, die das erwarten, zu wenig. Und ich finde, Michelle Schrenk schafft es wirklich, äh, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie für beide etwas sind. Also Leute, die es kitschig triefend mögen und eben Leute, die, ähm, es lieb und romantisch und einen Hauch kitschig mögen, aber eben nicht zu viel des Guten. Und, äh, das war wirklich eine sehr schöne Geschichte, die mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Ich wollte dann eigentlich tatsächlich, äh, von der Serie noch das ein oder andere Buch lesen, ähm, sind dann aber, glaube ich, tatsächlich kein weiteres bei mir eingezogen und irgendwie habe ich die Reihe dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich denke, für den Sommer könnten das wirklich E-Books sein, äh, wo man sich einfach, äh, ja, um diesen Ort nochmal schaut und dann auch um die Charaktere so ein bisschen, äh, miteinander irgendwie, ja, verzwickt sind, verzweigt sind und, äh, man da eben die ein oder andere schöne Liebesgeschichte, äh, liest. Und man hier wirklich eher eine Liebesgeschichte hat und nichts, ähm, mit Erotik oder New Adult oder, ja, ne, das, äh, hat man bei Michelle Schreng ja nicht, was ich ja immer sehr gut finde und deswegen ihre Bücher auch so mag. Ich mich jetzt auch viel neu schon freue und, äh, ja, vom Cover natürlich schon ein bisschen extrem, aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Hokus-Pokus-Liebe-Mich von Amy... ...Award? Ich glaube, ne, ich sehe es so schlecht auf dem kleinen Display. Eine Geschichte, die total lustig war. Sie war total niedlich. Es geht ja hier um eine Königin oder um eine Prinzessin, die ihrem Prinzen vorgestellt werden soll, die aber irgendwie einen, äh, ja, einen Liebeszauber trinkt und sich dann in ihr Spiegelbild verliebt. Und das war so lustig. Und wir dann einfach auf der Suche sind nach, äh, einer Lösung, dann eben in so eine alte, äh, ja, Familie eintauchen, die sich eben, äh, ja, im Grunde so um die Medizin der damaligen Zeit Archimisten gekümmert hat, also Archimisten-Familie. Und ich das total lustig. Ich fand die Geschichte total lustig. Sie hat Spaß gemacht. Sie war natürlich sehr jugendlich, aber es war perfekt für diese Zeit und ich, äh, hab das mit sehr, sehr positiver Erinnerung, eben, im, in, 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 also mit sehr positiven Gefühlen in Erinnerung so rum und hat mir echt Spaß gemacht. Und, ähm, ich hab jetzt auch vor kurzem mal wieder dran gedacht und dachte so, Mensch, sollte da nicht irgendwie im Frühling der dritte Teil, äh, der zweite Teil rauskommen. Aber gefühlt gibt es den wohl aktuell nur im Englischen und nicht im Deutschen. Und, äh, das finde ich tatsächlich schade. Äh, scheinbar hat man sich dann im Deutschen einfach gedacht, man übersetzt es nicht weiter, denn ein neues Datum ist auch irgendwie gar nicht bekannt. Und man sieht's auch in keiner Vorschau oder auf irgendeiner Verlagseite, was ich echt schade fühle. Denn ich hätte natürlich schon gerne gewusst, wie es weitergeht. Man könnte natürlich auch zum Englischen greifen, aber mal gucken, vielleicht, ähm, ja, ergibt sich ja doch noch was auf dem deutschen Buch. Dann zog es mich ja in die Wüste. Und zwar Armani, Rebellin des Sandes von Alvin Hamilton. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also mich hat, äh, ja, diese Wüste, äh, wirklich absolut mitgenommen. Es waren ja einige Wüstenbücher, glaube ich, im letzten Jahr. Ich glaube, Dora von Markus Heitz hat auch so eine Wüsten, äh, Geschichte gehabt. Und es war wirklich, ähm, ja, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte die Charaktere, die Story, äh, ja, auch mit dieser Magie, die man drumherum so ein bisschen hatte. Und hat mir Spaß gebracht. Ich weiß gar nicht, ob das eine Reihe war, ob da dann jetzt demnächst ein zweiter Teil kommt. Das könnte ich direkt dann mal recherchieren nach dem Video. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall positive Erinnerungen waren, wenn es eine Reihe war. Ich glaube tatsächlich, es war eine Reihe, oder? Es war kein abgeschlossener, keine abgeschlossene Geschichte. Ja, na, Geschichten, wenn man sie nicht mehr sieht, ne? Schall und Rauch, sozusagen. Huch. Aber, äh, ja, auf jeden Fall hat mir da auch einfach das Atmosphärische in der Wüste, diese Reise durch die Wüste, an die erinnere ich mich noch sehr, sehr gut gefallen. Und, ähm, ja, dementsprechend mal gucken, ob es da nicht doch irgendwie einen zweiten Teil ist. Und dann die relative Unberechenbarkeit des Glücks ist bei mir eingezogen von Antonia Raves. Eine Geschichte, die mir, glaube ich, gar nicht so gut gefallen hatte, die ich tatsächlich ein bisschen schade fand, dass sie mir nicht so gut gefallen hat, wie ich es erwartet habe. Eine Geschichte, die, äh, ich so als ganz okay in Erinnerung habe. Das Cover definitiv schöner war als die Story, obwohl ich das mit dem roten Haas und mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern kann. Ähm, ja, aber eine Geschichte, die, ähm, ja, die auch gefühlt so ganz wenig in mir zurückgelassen hat. Ja, da müsste ich dann vielleicht nochmal mein Büchermonat angucken, um was es denn da theoretisch so alles gegangen ist. Aber gut, es waren 17 Bücher im Juli 2016 und vier habe ich noch nicht gelesen. Ich finde, das ist ein bombastischer Schnitt. Ähm, ja, ich bin nach wie vor sehr erfreut, dass es doch mehr gelesene Bücher gibt als ungelesene. Äh, ich glaube, dass sich das im August sehr ändern wird, denn da gab es ja die 10 Bücher für 10 Euro von Thalia und ich glaube, von diesen 10 Büchern habe ich tatsächlich gefühlt relativ wenig gelesen. Aber das sehen wir dann, denke ich, im nächsten Video dieses Formates. Äh, 13 Bücher gelesen, eins sogar abgebrochen. Äh, drei Bücher stehen definitiv jetzt, von den vieren noch auf der, ähm, ja, Liste für dieses Jahr, um es dann auch vielleicht gemeinsam mit anderen zu lesen. Wenn ihr da vielleicht noch Lust habt auf die Bücher, es war ja die Chameleendame, der Lavendelgarten und Spook, äh, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare euch melden. Mal gucken, wann ich da dann die, ähm, ja, die Gruppen irgendwie erstelle. Und, äh, da können wir uns dann gerne in den Gruppen auch ein bisschen austauschen. Und, ähm, ja, finde ich wirklich nicht schlecht. Fühlt sich auch irgendwie gut an, dass tatsächlich schon so viele Bücher gelesen sind. Und natürlich interessiert mich nach wie vor, ob euch das Format gefällt, ob ihr auch gerne Rückblicke macht bei euch selbst und vielleicht Buchlisten, Neuzugängelisten habt und da immer mal vergleicht, was ist denn da schon gelesen. Fände ich auch sehr, sehr interessant, ob ihr das vielleicht irgendwie in Buchform habt oder irgendwie am PC. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.